Liebe Obertauern-Liebhaber, wir freuen uns sehr, dass wir vom 5. bis 7. März hier in Obertauern einen Tanzworkshop anbieten dürfen. Wir werden gemeinsam tanzen über drei Abende, gemeinsam lachen und auch in die Technik hineingehen vom langsamer Walzer, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive. Es wird sicher spaßig. Mehr Informationen findet ihr wo? Auf obertauern.com und es ist ganz egal, wie viele Vorerfahrungen ihr habt, von Anfänger bis Fortgeschrittene, alle können mitmachen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Einen schönen Winter und bis dahin. Ciao, Baba.